Hallihallo, heute ist der 12.12. und wir öffnen das zwölfte Türchen und dahinter versteckt sich Calcium Sulfuricum, das Calcium Sulfat. Dr. Schüssler hatte es ursprünglich, oder was heißt ursprünglich, er hatte es gestrichen, da er die vollständige Wirkung dieses Mineralstoffs nicht klären konnte und damit es nicht zu Unstimmigkeiten kommt, hat er es erst noch mal runtergenommen von seiner Empfehlungspalette. Es ist aber durchaus so, dass sich Calcium Sulfuricum total bewährt hat. Gerade so bei stockenden Prozessen, wo es nicht weitergeht, ist es ein super guter Joker. Es ist quasi das biochemische Reinigungsmittel. Es ist ja wieder ein Sulfatsalz. Neben der Nummer 6 und der Nummer 10, dem Calium Sulfuricum und dem Natrium Sulfuricum, haben wir jetzt das Calcium Sulfuricum. Man würde es vielleicht an dritter Stelle vermuten, wenn man es rein alphabetisch sortieren würde, aber da Dr. Schüssler es gestrichen hatte und es eben erst hinterher wieder angehangen wurde, ist es nun bei den Basismitteln an letzter Stelle auf zwölfter Position. Daher sollte man halt aber, wenn man im Ausland vielleicht mal Schüssler-Salze kauft, ich meine zum Beispiel in Amerika, die ordnen nach wie vor alphabetisch und da ist die Nummer 3 Calcium Sulfuricum und nicht unser super wichtiges Erste-Hilfemittel Ferrum Phosphuricum. Also so viel nur ganz kurz zu der Sortierung. Genau, das biochemische Reinigungsmittel sorgt jetzt dafür, dass dieses durch die Nummer 11 gut unterstützte Bindegewebe auch richtig schön durchlässig ist. Also dass halt wirklich da eine gute Versorgung stattfinden kann und daher ist es halt auch oft, wenn irgendwie was nicht weitergeht, wenn es stoppt, die Nummer 12 eine richtig, richtig gute Wahl. Bei so gelben, eitrigen, klumpigen Prozessen oder so Absonderungen kann man die Nummer 12 total gut nehmen. Vielleicht, wenn wirklich irgendwo so richtig eitrig was zu ist oder auch Absesse oder Verrunkeln, die irgendwie sich immer wieder entzünden, die halt aber sich so, also die einfach nicht zu einer Heilung kommen, wo Nummer 3 fürs erste Entzündungsstadium, Nummer 4 fürs zweite Entzündungsstadium und auch Nummer 6 fürs dritte Entzündungsstadium alle nicht helfen. Da kann man sehr gut probieren, mit ein paar Tabletten Nummer 12 jetzt doch noch einen Erfolg und ja eine Lösung im wahrsten Sinne des Wortes herbeizuführen. Die Nummer 12 ist auch das Schockmittel. Nach einem Schock kann es ja gut sein, dass man irgendwie total, ja, paralysiert ist, dass halt eben wirklich da so eine Starre entsteht und die Nummer 12 kann das lösen. Also merkt euch dieses Salz als Joker, wie gesagt, für die Tiefenreinigung, wenn es irgendwie nicht weitergeht, bei Schock oder ja, so allen stockenden Prozessen. Genau, also auf jeden Fall ein wichtiges Mittel, wenn auch nicht unbedingt so der Klassiker, den man ständig hoch dosiert nehmen kann, auf jeden Fall dran zu denken, wenn man, wie gesagt, irgendwo an seine Grenzen gerät. Genau, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Wochenstart, bedanke mich wieder für eure Aufmerksamkeit und sage bis morgen, wenn wir uns dann wiedersehen und es mit den Ergänzungsmitteln losgeht. Macht's gut!